die großmutter war in ungeduldiger und gereizter stimmung das spiel war ihr offenbar zu kopfe gestiegen ihre gedanken waren ganz von der roulette gefangen genommen alles andere schien ihr völlig gleichgültig zu sein sie stellte diesmal auf der promenade kaum eine einzige frage nur einmal als eine vornehme ekipage an uns vorüberfuhr wies sie mit der hand nach derselben und fragte wer war das sie stellte diese frage jedoch ganz mechanisch und schenkte meiner antwort gar keine beachtung sie sprach auf dem ganzen wege kaum ein wort und rückte unruhig in ihrem tragsessel hin und her als ich ihr bereits in der nähe des kurhauses den baronen wurmerhelm mit seiner gattin die gerade vorübergingen zeigte blickte sie zerstreut nach ihnen hin ließ ein gleichgültiges a vernehmen und wandte sich dann plötzlich zu potterpitch und marfa um die mit bedächtigen schritten dem tragsessel folgten was wollt ihr denn fragte sie scharf ich kann euch doch nicht jedesmal mitnehmen geht nach hause es genügt daß du da bist fügte sie zu mir gewandt hinzu potterpitch und marfa erschraken fast bei den strengen worten der gebieterin sie verneigten sich nach russischer bauernart und gingen langsam nach dem hotel zurück in dem spielsaale wurde die großmutter bereits erwartet man wies ihr sogleich denselben günstigen platz an den sie am morgen gehabt hatte unter den gruppier entstand bei ihrem erscheinen eine gewisse bewegung ihre sonst so strengen beamten gesichter bekamen auf einmal leben ich glaube dass dieselben gegen die gewinne und verluste der bank keineswegs so gleichgültig waren wie sie gern scheinen wollten und dass sie jedenfalls bei besonders günstigen resultaten von der bankverwaltung einen anteil an der beute erhielten es schien denn auch dass sie sich von der großmutter etwas ganz besonderes versprachen die großmutter begann sofort wieder mit zero und ließ mich jedesmal zwölf friedrich dor setzen ich setzte einmal zweimal dreimal zero kam nicht heraus setze nur setze drängte die großmutter indem sie mich ungeduldig anstieß ich setzte bei jedem neuen spiel immer wieder auf zero wie oft haben wir gesetzt fragte sie endlich indem ein zucken über ihre züge ging zwölfmal großmutter antwortete ich hundertvierundvierzig friedrich dor sind verloren wenn es bis zum abend so weitergeht schweige unterbrach sie mich heftig setze nochmals wolfriedrich dor auf zero und zugleich tausend gulden auf rot hier nimm diese banknote rot gewann zero jedoch verlor auch diesmal man zahlte uns tausend gulden aus siehst du siehst du flüsterte sie mir ganz erfreut zu wir haben fast alles wieder bekommen was verloren war setze wieder auf zero wir wollen es noch etwa zehnmal versuchen und dann holst der teufel beim fünften male jedoch hatte sie bereits alle geduld verloren lassen wir dieses abscheuliche zero da nimm diese viertausend gulden und setze sie auf rot aber großmutter das ist zu viel wenn nun rot nicht herauskommt suchte ich einzuwenden sie wurde jedoch durch meinen widerspruch so aufgebracht dass sie mich am liebsten geprügelt hätte es war nichts zu machen ich setzte die vier banknoten auf rot das rad begann sich zu drehen die großmutter saß ruhig und stolz aufgerichtet da sie schien ihres gewinnes vollkommen sicher zero verkündete der gruppier und schickte sich an die einsätze einzuziehen die großmutter schien anfangs gar nicht zu begreifen was geschehen war erst als ihre viertausend gulden samt dem übrigen gelde in die kasse der bank wanderten ward ihr klar dass das abscheuliche zero welches uns bereits gegen 200 friedrich dörr gekostet hatte in demselben moment herausgekommen war da sie es ausgescholten und sich von ihm losgesagt hatte das war denn doch zu viel für die arme großmutter mit einem lauten ach schlug sie die hände zusammen dass es im ganzen saale wiederhallte und alles zu lachen begann du meine güte kommt dieser verdammte nickel von zero doch noch heraus rief sie in klagenem tone dieser abscheuliche garstige nickel und wer ist schuld du du ganz allein fuhr sie plötzlich zornig auf mich los du warst es der mir immerwährend abgeraten hat ich habe jedenfalls nur ihr bestes im auge gehabt großmutter wie kann ich für jede einzelne chance einstehen ich werde dir schon die chancen anstreichen presste sie mit verhaltener wut hervor mach nur dass du fortkommst leben sie wohl großmutter sagte ich indem ich mich zum gehen wandte alexei iwanowitsch alexei iwanowitsch so bleibe doch wohin willst du denn was ist denn seht nun wird er gar böse werden der dummkopf nun bleibe noch ärgere dich nicht ich bin ja die dumme sag doch nur was sollen wir jetzt anfangen ich mag ihnen keinen rat mehr geben großmutter sonst schieben sie mir wieder die schuld zu spielen sie nach eigenem gut dünken ich werde setzen wie sie es wünschen nun nun setze also noch einmal 4000 gulden auf rot da ist die brieftasche nimm das geld heraus sie zog ihr portefeuille heraus und reichte es mir nun nimm sie doch schnell es sind 20.000 rubel darin großmutter flüsterte ich ganz erschrocken so viel geld ich will um jeden preis wieder bekommen was ich verloren habe setz wir setzten und verloren setz doch setze setz ganze 8000 das geht nicht großmutter 4000 sind nur erlaubt nun dann setze 4000 diesmal gewannen wir die großmutter schöpfte neuen mut siehst du siehst du sagte sie indem sie mich anstieß setze wieder 4000 wir setzten und verloren noch ein zweites und drittes mal verloren wir großmutter die 13.000 gulden vom vormittag sind fort wagte ich zu bemerken ich sehe dass sie fort sind versetzte sie äußerlich ruhig obwohl ihr inneres aufs heftigste erregt war ich sehe das wohl mein lieber fuhr sie fort indem sie starr vor sich hin sah als ob sie mit einem entschlusse kämpfte ach was holst holst der henker setze noch einmal 4000 gulden aber es ist kein geld mehr da großmutter hier in der brieftasche sind nur russische fünfprozentige obligationen und andere wertpapiere wahres geld ist nicht da und in der börse in der börse ist nur noch etwas kleingeld großmutter gibt es hier eine wechselbank man hat mir gesagt dass man hier alle russischen papiere wechseln könne sagte die großmutter in entschiedenem tone oh gewiß so viel man will aber wie viel sie dabei verlieren das ist die frage unsinn ich werde alles doppelt wieder gewinnen rufe nur die träger ich schob den sessel vom tische ab die träger erschienen und wir verließen den spielsaal rascher rascher kommandierte die großmutter geh voran alexei ivanovich ist es weit bis zu dieser bank nur wenige schritte großmutter wir begaben uns über den square nach der straße in welcher sich das wechselgeschäft befand als wir die promenade überschritten erblickten wir auf einmal unsere ganze gesellschaft den general de criet und mademoiselle blanche mit ihrer mutter polina alexandrowna war nicht bei ihnen auch mr erstley fehlte seht doch einmal aber lasst sie nur gehen rasch weiter rief die großmutter was haben sie mir in den weg zu laufen wir setzten unseren weg fort ich schritt hinter dem sessel der großmutter her als auf einmal de criet hinter mir auftauchte alles ist verloren was sie am vormittag gewonnen hat flüsterte ich ihm eilig zu auch aus ihrer eigenen tasche sind schon ein paar tausende verschwunden jetzt wollen wir die fünfprozentigen wechseln der criet stampfte wütend mit dem fuße auf und eilte rasch zum general zurück um ihm die unglücksbotschaft zu überbringen wir eilten so rasch es ging mit der großmutter der bank zu so halten sie doch halten sie doch rief der general in tiefster bestürzung hinter uns her versuchen sie doch ihr halt zu gebieten versetzte ich indem ich achselzuckend nach der großmutter wies tante liebe tante begann der general mit vor aufregung zitternder stimme indem er an ihre seite eilte liebes tantchen wir wollen soeben einen ausflug unternehmen es gibt hier prächtige aussichtspunkte in der umgegend wir waren soeben im begriff sie abzuholen bleib mir vom leibe mit deinen aussichtspunkten brauste die großmutter heftig auf es gibt da reizende dörfer wir werden im freien tee trinken fuhr der general ganz verzweifelt fort wir werden milch trinken ganz frisch von der kuh fügte de grier boshaft hinzu kannst sie selber trinken deine frische milch ich bekomme leibschmerzen davon was wollt ihr überhaupt von mir fuhr sie zornig auf sie los ich will dass ihr mich in ruhe lasst wir sind angekommen großmutter warf ich dazwischen da ist das bankgeschäft ich begab mich in das contoir um die papiere zu wechseln während die großmutter mich vor der tür erwartete de grier der general und mademoiselle blanche blieben auf der seite stehen ohne zu wissen was sie beginnen sollten die großmutter warf ihnen einen wütenden blick zu und sie entfernten sich in der richtung nach dem kurhause der kurs zu dem man mir in der wechselbank die wertpapiere berechnen wollte war ein so niedriger dass ich mich zum verkauf derselben nicht entschließen konnte und nochmalige instruktionen bei der großmutter einholte ach diese räuber rief sie indem sie die hände zusammenschlug nun es geht einmal nicht anders wechsle oder nein rufe mir noch einmal den bankier heraus ich begab mich in das contoir zurück und ersuchte einen der bankbeamten vor die tür zu kommen da eine alte gelähmte dame eine gräfin wie ich hinzufügte ihn zu sprechen wünsche die großmutter begann laut und heftig zu schelten dass man sie betrügen wolle und feilschte lange mit dem beamten in einem seltsamen kauderwelsch von russisch französisch und deutsch das sich demselben nach möglichkeit verständlich zu machen suchte der beamte sah uns beide schweigend an und schüttelte den kopf namentlich schien die großmutter seine neugierde zu erregen er betrachtete sie mit unhöflicher zudringlichkeit und begann zuletzt sogar über sie zu lächeln nun mach dass du fortkommst schrie die großmutter ihn an ersticken sollst du an meinem gelde das nächste mal wechselst du bei einem anderen bankier alexei ivanovich er sagt dass die andere noch weniger geben versetzte ich wir mussten uns schließlich mit der uns angebotenen berechnung begnügen und ich verkaufte einen teil der papiere für zwölftausend gulden die mir in gold und banknoten ausgezahlt wurden ich übergab der großmutter die berechnung schon gut schon gut was sollen wir erst rechnen rief sie mit einer abwehrenden handbewegung nur schnell zurück schnell schnell als wir in dem spielsaale ankamen sagte sie in trotzigem tone ich will nie wieder auf dieses verdammte zero setzen und auf rot nicht ich bemühte mich aus allen kräften sie von großen einsätzen möglichst zurückzuhalten indem ich sie zu überzeugen suchte dass wir bei einem wechsel der chancen immer noch zeit genug haben würden große summen zu wagen sie stimmte mir anfangs bei während des spieles jedoch geriet sie sehr bald wieder ins feuer da hast du es da hast du es rief sie ärgerlich so oft sie einen gewinn von zehn oder zwanzig friedrich dor einstrich hätten wir viertausend gulden gesetzt so hätten wir jetzt viertausend gewonnen statt dieser lumperei und wer ist daran schuld nur du nur du es fehlte nicht viel so wäre ich heftig aufgebraust doch hielt ich an mich und nahm mir nur fest vor ihr keinen rat mehr zu erteilen plötzlich tauchte degrier neben dem sessel der großmutter auf er hatte mit dem general blanche und madame de commerce bisher im hintergrunde des saales gestanden mademoiselle blanche kokettierte mit dem fürsten nilski während der general der offenbar bei ihr in ungnade gefallen war sich vergeblich bemühte ihre aufmerksamkeit auf sich zu lenken der arme general wurde bald bleich bald rot vor ärger und eifersucht und hatte nicht einmal zeit das spiel der großmutter zu beobachten schließlich ging blanche mit dem fürsten aus dem saale und der general lief natürlich sogleich hinter ihnen her madame madame flüsterte unterdessen degrier mit honigsüßer stimme in gebrochenem russisch der großmutter zu madame so dürfen sie nicht setzen nein nein so geht es nicht und wie denn so belehre mich doch wandte sich die großmutter nach ihm um degrier erging sich nun in seinem geschwätzigen französisch in allerhand ratschlägen und unterweisungen sagte dass man die günstigen chancen abpassen müsse die großmutter plapperte allerhand zahlen reihen her und hatte bald der großmutter den kopf vollends verwirrt dabei wandte er sich immer wieder an mich damit ich ihr sein geschwätz übersetzte zeigte zwischendurch bald dahin bald dorthin nach dem spieltisch und zog schließlich einen bleistift hervor um der großmutter die richtigkeit seiner ausführungen zu beweisen die großmutter verlor endlich alle geduld nun geh schon geh schon sagte sie plappert wie eine mühle und es kommt doch nur unsinn heraus immer nur madame madame und versteht selber nichts von der sache aber madame begann degrier von neuem darauf los zu schwatzen indem er zugleich mit bleistift und zeigefinger hantierte nun dann setze doch einmal so wie er sagt befahl die großmutter wir wollen sehen vielleicht kommt etwas dabei heraus dem franzosen war es vor allem darum zu tun die großmutter von großen einsätzen abzuhalten er schlug daher vor bestimmte zahlen kombinationen mit geringen summen zu besetzen ich setzte nach seiner anweisung je ein friedrich dor auf die ersten sechs ungeraden zahlen und je fünf friedrich dor auf die beiden zahlen gruppen von zwölf bis achtzehn und von achtzehn bis vierundzwanzig so dass im ganzen sechzehn friedrich dor standen das rad drehte sich zero rief der gruppier wir hatten alles verloren dieser esel fuhr die großmutter auf degrier los dieser abscheuliche französische windbeutel will der bursche sich erdreisten mir vorschriften zu machen geh mir aus den augen hat gar keine idee vom spiele und will sich hier einmischen der tiefgekriez zuckte mit den achseln warf der großmutter einen verächtlichen blick zu und entfernte sich jedenfalls ärgerte er sich darüber dass er sich überhaupt eingemischt hatte eine stunde später hatten wir so tapfer wir uns auch schlugen die zwölftausend gulden bis auf den letzten heller verloren nach hause befall die großmutter und wir verließen so rasch als möglich den spielsaal nicht ein wort kam über ihre lippen endlich als wir uns bereits unserem hotel näherten platzte sie auf einmal heraus oh ich nerrin ich alte dumme nerrin in ihrem quartier angekommen fuhr sie sogleich auf marfa und potapitch los bringt mir tee packt sogleich die koffer wir fahren wohin werden sie denn fahren mütterchen fragte marfa ganz erschrocken was hast du zu fragen den tee sollst du bringen du potapitch packe alles zusammen wir fahren zurück nach moskau ich habe 15.000 rubel verspielt 15.000 rubel mütterchen ach du mein gott rief potapitch händeringend indem er durch seine beileidsbezeugung der großmutter einen besonderen dienst zu erweisen glaubte was fällt dir ein tölpel wirst gar noch anfangen zu heulen schweige und packe die koffer lass dir sogleich die rechnung geben der nächste zug geht bereits um halb zehn ab großmutter warf ich ein indem ich sie von ihrem unüberlegten entschlüsse abzubringen suchte und wie spät ist es jetzt jetzt ist es halb acht ach wie ärgerlich nun es ist ganz gleich alexei ivanovich ich habe nicht eine kopeke bares geld mehr da sind noch zwei papiere geh und wechsle mir auch die damit ich wenigstens reisegeld habe ich begab mich in das bankkontoar als ich eine halbe stunde darauf in das hotel zurückkehrte fand ich die unsrigen sämtlich in den zimmern der großmutter versammelt die nachricht dass sie sogleich wieder nach moskau abreisen wolle schien sie noch mehr erschreckt zu haben als selbst der beträchtliche spielverlust zwar wurden durch die abreise weitere verluste verhütet aber was sollte nun mit dem general geschehen wer sollte seine schuld an decrier bezahlen und mademoiselle blanche wird sie wohl warten bis die tante gestorben ist wird sie nicht diesen fürsten nilski oder sonst jemanden einem general vorziehen der nichts weiter besitzt als seine grauen haare und seinen titel sie standen im kreise um die babbulinka herum und suchten sie zu beruhigen polina war auch diesmal nicht anwesend die großmutter schrie wütend auf die anderen ein lasst mich doch in ruhe zum henker was habt ihr denn eigentlich was will denn dieser zudringliche ziegenbart da fuhr sie auf decrier los und du geschwätzige elster was willst du wandte sie sich an mademoiselle blanche was tänzelst du denn so um mich herum hol dich der teufel murmelte mademoiselle blanche indem sie der großmutter einen giftigen blick zuwarf und sich mit einem hässlichen lachen zum gehen wandte dir wird noch hundert jahre alt rief sie bereits in der tür dem general zu so hast du also mit meinem tod gerechnet schrie die großmutter ganz außer sich den general an nun mach dass du herauskommst jage sie alle heraus alexei iwanowitsch was wollt ihr denn eigentlich von mir ich habe mein geld verloren und nicht das euerige der general wandte sich achselzuckend um und verließ das zimmer decrier folgte ihm auf dem fuße rufe mir praskovia her marfa befahl die großmutter fünf minuten später erschien marfa mit polina die den ganzen tag mit den kindern in ihrem zimmer gesessen hatte und wie es schien einer begegnung mit der großmutter absichtlich aus dem wege gegangen war ihr gesicht hatte einen ernsten düsteren bekümmerten ausdruck praskovia begann die großmutter ich habe gehört dass der dummkopf dein stiefvater sich mit diesem leichtsinnigen französischen frauenzimmer dieser schauspielerin oder was sie sonst noch schlimmeres ist verheiraten will sag einmal ist das wahr ich weiß nichts bestimmtes darüber großmutter versetzte polina aus den worten der mademoiselle blanche jedoch glaube ich schließen zu können genug unterbrach sie die großmutter energisch ich begreife jetzt alles ich habe immer vorausgesehen dass er irgendeine dummheit dieser art begehen wird habe ihn immer für den einfältigsten leichtsinnigsten menschen gehalten macht sich überall mit seinem generalstitel wichtig und hat ihn doch nur aus gnade bei seinem abschiede bekommen ich weiß sehr gut meine liebe wie ihr ein telegramm nach dem anderen nach petersburg und moskau geschickt habt ob die alte großmutter nicht bald die beine von sich strecken wird um die erbschaft war es euch zu tun ohne geld würde ihn dieses frauenzimmer wie heißt sie de commerce nicht einmal zum lakaien nehmen viel weniger zum manne er hat ja keinen einzigen eigenen zahn mehr im munde und von ihr sagt man dass sie selber geld hat diese mademoiselle dass sie auf prozente gibt und ganz gemeinen wucher treibt du hast mit alledem nichts zu tun praskovia das weiß ich sehr gut auch die alten geschichten will ich nicht wieder aufrühren ich weiß dass du einen bösen charakter hast die wahre wespe wenn du stichst dann schwillts an und doch tust du mir leid weil ich die verstorbene katharina deine mutter lieb hatte was meinst du nun dazu dass du alles hier im stiche lässt und mit mir fährst du hast doch sonst nirgends ein unterkommen schon anstandshalber kannst du nicht mehr bei ihnen bleiben warte noch fuhr sie fort als polina sich anschickte zu antworten ich bin noch nicht zu ende ich verlange nichts weiter von dir du kannst in meinem hause in moskau wohnen kannst dir dort eine ganze etage einrichten und brauchst die ganze woche nicht zu mir herunter zu kommen wenn dir meine gesellschaft nicht passt nun willst du oder nicht erlauben sie mir zuerst eine frage großmutter wollen sie sogleich abfahren glaubst du etwa dass ich scherz treibe meine liebe wenn ich es gesagt habe dann fahre ich auch ich habe heute 15.000 rubel an eurer verdammten roulette verloren vor fünf jahren habe ich ein gelübde getan in meinem dorfe bei moskau eine steinerne kirche statt der hölzernen errichten zu lassen und da habe ich nun stattdessen das schöne geld auf so gottvergessene weise durchgebracht jetzt ist es zeit an die kirche zu denken sonst wird es am ende zu spät aber ich denke sie wollten hier brunnen trinken großmutter ach geh mir mit deinem brunnen ärgere mich nicht braskovia tust es wohl gar mit absicht sag kommst du mit mir oder nicht ich bin ihnen sehr sehr dankbar großmutter begann polina gefühlvoll für das unterkommen das sie mir bieten sie haben meine lage zum teil erraten von herzen gern nehme ich ihre gastfreundschaft an und ich werde vielleicht sehr bald zu ihnen kommen jetzt aber habe ich gründe wichtige gründe die mir einen sofortigen entschluss unmöglich machen wenn sie wenigstens 14 tage hier bleiben wollten das heißt also du willst nicht nein ich kann nicht vor allem darf ich meine geschwister nicht verlassen die vielleicht eines tages hilflos und verweist dastehen werden wenn ich also komme dann komme ich mit ihnen großmutter und werde ihnen ewig dankbar sein wenn sie uns aufnehmen schloss polina mit aufrichtiger empfindung nun weine nur nicht weine nicht versetzte die großmutter wie wohl polina nicht daran dachte zu weinen das war überhaupt nicht ihre art tränen zu vergießen auch für die küchlein wird sich ein winkel finden das hühnerhaus ist groß genug nun dann wirst du also nicht mit mir fahren ei ei braskovia sie dich vor ich weiß ganz genau weshalb du nicht fährst alles weiß ich braskovia sieh dich nur vor nichts gutes hast du von dem franzosen zu erwarten polina wurde feuerrot ich selbst zuckte förmlich zusammen so war also aller welt bekannt worüber nur ich allein bisher im unklaren schwebte nun lass gut sein ich will nichts gesagt haben du bist ein vernünftiges mädchen wirst auf deiner hut sein würdest mir sonst herzlich leid tun genug jetzt wäre ich doch gar nicht erst hergekommen gehe nun bleibt gesund ich werde sie noch begleiten großmutter sagte polina nicht nötig gehe nur ich habe euch alle schon satt polina wollte der großmutter die hand küssen diese aber zog ihre hände zurück und küßte sie auf die wangen als polina an mir vorüber kam warf sie mir einen raschen blick zu schlug jedoch sogleich wieder die augen zu boden nun lebe auch du wohl alexei ivanovich noch eine stunde habe ich bis zum zuge hast dich den ganzen tag mit mir herumgeschleppt wirst nun wohl müde sein da nimm diese fünfzig goldstücke ich bin ihnen sehr dankbar großmutter doch muss ich es wohl ablehnen lass die redensarten nimm's unterbrach sie mich in so entschiedenem tone dass ich nicht zu widersprechen wagte und das geld nahm wenn du keine stelle hast dann komme nur zu mir nach moskau ich werde dich schon irgendwo unterbringen nun lebt wohl ich ging in mein zimmer und warf mich auf mein bett wohl eine halbe stunde lag ich da die hände unter den kopf gelegt in grübeln versunken so war sie also hereingebrochen die gefürchtete katastrophe und meine vermutungen über polina und den marquis sie waren wirklich mehr als vermutungen ich musste unbedingt sogleich morgen mit polina reden also der franzose es bestand also etwas zwischen ihnen aber was polina und der grie mein gott welche zusammenstellung nein die sache war ganz unwahrscheinlich ich sprang plötzlich äußerst erregt vom bette auf um zu mr erstle zu eilen und ihn zum sprechen zu bringen er wusste jedenfalls mehr von der angelegenheit als ich hm mr erstle da hätten wir ja ein neues rätsel zu dem ersten ich hatte bereits meinen hut genommen um zu gehen als es ganz plötzlich an meine tür klopfte und potterpitsch auf der schwelle erschien väterchen alexei ivanovich sie sollen zur herren kommen was gibt es denn sie fährt doch ab nicht es sind nur noch zwanzig minuten bis zum abgang des zuges sie sind sehr unruhig väterchen können kaum still sitzen schnell recht schnell riefen sie wie ich hierher ging kommen sie rasch um christi willen ich eilte sofort hinunter und traf die großmutter bereits im korridor an in der hand hielt sie die brieftasche geh voraus alexei ivanovich wir wollen noch einmal hin wohin denn großmutter ich will mein geld wieder gewinnen koste es was es wolle nun marsch ohne langes fragen es ist doch bis mitternacht offen nicht wahr ich war ganz starr vor überraschung doch fasste ich mich sogleich tun sie was sie wollen antonida vassiljevna aber ich gehe nicht mit ihnen weshalb denn nicht was ist denn das seid ihr denn alle verrückt nehmen sie es mir nicht übel antonida vassiljevna aber ich würde mir nachträglich schwere vorwürfe machen verschonen sie mich ich mag weder zeuge noch teilnehmer sein da sind ihre fünfzig friedrich dorr leben sie wohl ich legte die geldrolle auf die lehne des sessels verbeugte mich rasch und ging seht doch den dummkopf rief mir die großmutter nach nun dann bleib fort wenn du nicht mitgehen willst ich werde schon allein meinen weg finden potterpitch du gehst mit mir nun vorwärts fasst an ich traf mr erstley nicht an und kehrte nach hause zurück spät in der nacht als die großmutter bereits zurückgekehrt war suchte ich potterpitch auf und erfuhr von ihm wie die sache geendet hatte die großmutter hatte alles verspielt was sich ihr am abend gewechselt hatte das heißt nach unserem gelde zehntausend rubel jener emigrant dem sie am morgen die zwei friedrich dorr gegeben hatte war während des abends ihr mentor gewesen anfangs hatte potterpitch für sie gesetzt doch jagte sie ihn bald fort und nahm nun die dienste des emigranten an der sogar ein wenig russisch verstand und sich dadurch bei ihr ganz besonders in gunst setzte nichts desto weniger warf ihm die großmutter natürlich ein scheldwort über das andere an den kopf und er musste wohl trotz aller dienstfertigkeit seine sache nicht zum besten gemacht haben denn selbst potterpitch sprach sich in seinen berichte über ihn nicht sehr schmeichelhaft aus gar kein vergleich zu ihnen alexei ivanovich sagte er in einem fort hat er ihnen geld vom tische gestohlen zweimal haben sie ihn selber erwischt und ihn ganz gehörig vermuckt einmal sogar ich lüge wirklich nicht bei den haaren gezaust das ringsherum gelächter entstand alles väterchen haben sie verspielt alles was sie gewechselt hatten wie wir sie hierher brachten das mütterchen verlangten sie nur ein glas wasser bekreuzten sich legten sich ins bett und waren sogleich eingeschlafen vor ermüdung natürlich gott gebe ihnen angenehme träume geht mir weg mit diesem ausland schloss potterpitch seine rede sagt ich's doch gleich es wird zu nichts guten führen möchte es nur recht bald zurückgehen nach unserem moskau wüsste gern was uns dort eigentlich gefehlt hat einen garten haben wir da und schöne blumen die es hier gar nicht gibt und wohlgeruch und saftige äpfel und bequemes wohnen nein da muss ins ausland gereist werden ach ich sag's schon ende von zehnder abschnitt abschnitt elf von der spieler von fjodor dostojewski übersetzt von august scholz diese librivox aufnahme ist in der public domain ein ganzer monat ist bereits vergangen seit ich diese meine aufzeichnungen nicht angerührt habe die ich unter dem einfluss jener wirren tief auf mein gemüt wirkenden eindrücke begonnen hatte die katastrophe deren herannahen ich damals voraus geahnt hatte trat in der tat ein und zwar noch hundertmal schroffer und unerwarteter als ich dachte was ich selbst dabei erlebt habe erscheint mir noch heute so seltsam so absurd und dabei so tragisch ich war wie von einem wirbel erfasst meine bisherige existenz ward gleichsam auf einmal entwurzelt und eine reihe der unwahrscheinlichsten erlebnisse hatte im handumdrehen meinem schicksal eine neue wendung gegeben und all diese seltsamen dinge sind wie ein traum verflogen und wenn ich bisweilen darüber nachdenke muss ich mich unwillkürlich fragen ob nicht alles nur die ausgeburt eines tollen kranken hirns war ob ich nicht während dieser ganzen zeit in einem irren hause gesessen und in einem wahne gelebt habe vielleicht gar noch jetzt in demselben lebe unwillkürlich zog es mich zu diesen blättern zurück und ich habe sie gelesen vielleicht um mich davon zu überzeugen dass es nicht ausgeburten des wahnsinns sondern wirkliche erlebnisse gewesen ich sitze mutterseelen allein in einem langweiligen deutschen städtchen der herbst ist angebrochen das laub wird gelb statt zu überlegen was ich nun beginnen soll gebe ich mich ganz der erinnerung an das vergangene hin an diesen wirbelwind der mich betäubt und gelähmt und aus der bahn meines lebens hinaus geschleudert hat und es ist mir als ob er jeden augenblick mit erneuter gewalt über mich reinbrechen und mein armseliges dasein vollends zerrütten müsste doch vielleicht ist meine willenskraft noch nicht ganz vernichtet vielleicht gelingt es mir noch zur besinnung zu kommen mir selbst ein halt zuzurufen und mir von den ereignissen dieses monats wie ein vernünftiger mensch rechenschaft zu geben ich will es versuchen diese aufzeichnungen weiterzuführen vielleicht wird die beschäftigung mit den details mit zu einem kühleren urteil über das ganze verhelfen überdies habe ich langeweile in diesem abscheulichen neste es zieht unwillkürlich meine hand zur feder hin ich habe bisher meine abende auf die denkbar albernste weise verbracht ich habe die romane pole de cox gelesen die ich in alten beschmutzten exemplaren natürlich in deutscher übersetzung der hiesigen bibliothek entnommen habe gegen jede ernsthaftere beschäftigung habe ich einen wahren abscheu als ob eine solche die erinnerung an das geschehene beeinträchtigen und die bunten bilder welche meine fantasie erfüllen verscheuchen könnte oh er ist mir über alles teuer dieser seltsame traum meines lebens er wird mir vielleicht noch nach 40 jahren teuer sein ich will ohne umschweife beginnen und mich möglichst kurz fassen die ereignisse drängen sich über dies in der erinnerung von selbst zusammen zunächst will ich die geschichte der großmutter zu ende erzählen sie spielte natürlich am folgenden tage weiter und verlor das letzte was sie noch bei sich hatte es musste schließlich so kommen leute ihres schlages die einmal auf diesen weg geraten sind stürzen sich unaufhaltsam immer schneller und schneller dem abgrunde zu ich selbst habe sie an diesem tage nicht gesehen sondern weiß nur vom hören sagen wie es ihr ergangen ist sie blieb bis 8 uhr des abends im spielsaale und potter pittsch hielt tapfer neben ihr den ganzen tag aus derselbe emigrant der tags zuvor ihr mentor gewesen bot ihr auch diesmal seine dienste an doch jagte sie ihn sehr bald zum teufel und nahm einen anderen berater der sie noch ärger betrug als der erste es dauerte nicht lange so vertrieb sie auch den zweiten und nahm wieder zu dem ersten ihre zuflucht der sich während der ganzen zeit hinter ihrem sessel umher gedrückt und sein opfer sorgfältig bewacht hatte aber auch der zweite gab seinen platz nicht so ohne weiteres verloren so dass die arme babbulinka schließlich beide ehrenmänner neben sich dulden und ganz hilflos und verzweifelt zusehen musste wie sie immer freier und eigenmächtiger mit ihrem gelde verfuhren endlich als ihr das treiben derselben zu bunt wurde rief sie die hilfe des gruppiers an und man entfernte die beiden herren nachdem man ihnen die taschen durchsucht und ganz beträchtliche offenbar der großmutter entwendete summen abgenommen hatte es währte nicht lange so tauchte ein dritter mentor gleichfalls ein pole wie die beiden ersten neben der großmutter auf und da er mit den ersten einsätzen auffallendes glück hatte so zögerte die großmutter nicht sich ihm vollständig anzuvertrauen natürlich war der neue ratgeber hundertmal schlimmer als die beiden ersten und hatte es bis zum abend glücklich so weit gebracht dass die großmutter ohne einen heller den spielsaal verlassen musste alle aktien und obligationen waren nach und nach mit hilfe der polen zum bankier gewandert nicht einen augenblick hatte sie ihren platz am spieltische verlassen die polen brachten ihr bouillon und tee zum mittag hatte sie überhaupt nicht gespeist die nachricht von der alten russischen gräfin die bereits ein paar millionen verspielt hat war wie ein lauffeuer durch die stadt geeilt und wer nur irgend zeit fand eilte an die roulette um sich die kindisch gewordene alte anzusehen mit tränen in den augen berichtete mir potterpitch all die einzelheiten des unglückstages als ich ihn fragte wie es nur möglich gewesen dass die großmutter so lange in dem spielsaal ausgehalten antwortete er dass sie mehrmals stark ins gewinnen gekommen sei und auf diese weise ihre hoffnungen immer wieder belebt wurden spieler die selbst einmal 24 stunden am kartentische gesessen ohne nach links oder rechts ein blick zu werfen werden diese ausdauer wohl begreifen auch im hotel waren an diesem tage gar ungewöhnliche dinge vor sich gegangen am morgen bevor noch die großmutter das haus verlassen hatte waren die griet und der general übereingekommen einen letzten entscheidenden schritt zu wagen als sie hörten dass die großmutter nicht an ihre abreise denke sondern von neuem ihr glück an der roulette versuchen wolle begaben sie sich zu einer letzten offenen unterredung in ihre wohnung der general versuchte es zuerst mit einem unumwundenen geständnis er verheimlichte weder seine schulden noch seine leidenschaft für mademoiselle blanche und tat sein möglichstes um auf gütlichem wege zum ziele zu gelangen sogar zu bitten ließ er sich herab als er jedoch sah dass alles erfolglos blieb schlug er auf einmal einen drohenden ton an begann zu schreien und mit den füßen zu stampfen und schallt die großmutter ganz gehörig aus sie habe die familie entehrt und sich vor der ganzen stadt lächerlich gemacht ja sie haben den russischen namen geschändet madame schrie er ganz außer sich die polizei müßte man zu hülfe rufen und so weiter und so weiter der großmutter riß endlich die geduld und sie jagte ihn mit einem stocke einem wirklichen stocke zur tür hinaus der general hatte als dann noch zwei oder drei beratungen mit de griez die sich um die frage drehten ob man nicht in der tat in irgendeiner form die hilfe der polizei in anspruch nehmen könnte man könnte ja sagen meinte der general dass die arme sonst durchaus ehrbare alte dame den verstand verloren und ihr letztes geld verspielt habe und auf diese weise vielleicht irgendeine art aufsicht über sie erwirken de griez zuckte nur die achseln und lachte über die naiven vorstellungen des generals der schließlich ganz sinnloses zeug zu schwatzen begann und völlig ratlos im kabinett auf und ab lief der franzose gab endlich alle hoffnungen verloren er wurde von mittag an im hotel nicht mehr gesehen und erst am abend erfuhren wir dass er dasselbe für immer verlassen habe nachdem er vorher eine geheime unterredung mit mademoiselle blanche gehabt hatte was die letztere anlangt so hatte sie bereits am morgen ihre endgültigen entschlüsse gefasst sie wollte von dem general nichts mehr wissen und ließ ihn als er sie zu sprechen wünschte nicht einmal vor im spielsaale traf er auf sie arm in arm mit dem fürsten nilski er suchte sich ihnen auf jede weise bemerkbar zu machen doch taten sie beide als ob sie ihn gar nicht sähen am abend desselben tages sollte übrigens blanche selbst noch eine kleine enttäuschung erleben es stellte sich heraus dass fürst nilski nicht der vermeintliche krösus sondern einfach ein armer schlucker war der sogar noch von blanche geld auf wechsel zu leihen suchte um sein glück an der roulette zu versuchen blanche wurde natürlich wütend jagte ihn ohne weiteres fort und verschloss sich in ihr zimmer am morgen desselben tages hatte ich mr astley aufgesucht doch traf ich ihn nirgends weder in seinem hotel noch im spielsaale auch zum diner erschien er nicht im hotel endlich gegen fünf uhr des nachmittags sah ich ihn als er gerade vom bahnhof kam er war in geschäftlichen angelegenheiten in frankfurt gewesen ich hätte ihn gern über polina ausgefragt doch wusste ich nicht wie ich es anfangen und worüber ich eigentlich fragen sollte überdies war ich davon überzeugt dass dieser bei aller höflichkeit doch verschlossene engländer mir auch nicht ein wort verraten würde das er einmal bei sich behalten wollte ich erzählte ihm von der großmutter die immer noch am spieltische saß er sagte dass er jedenfalls noch einmal hingehen würde um sie zu sehen denn der fall interessiere ihn ganz außerordentlich damit schieden wir voneinander polina war den ganzen tag über teils auf ihrem zimmer geblieben teils mit den kindern und der wärterin im parke spazieren gegangen dem general ging sie schon lange aus dem wege und sprach nur über die allernotwendigsten dinge mit ihm heute konnte es jedenfalls ohne gewisse besprechungen und auseinandersetzungen zwischen ihnen nicht abgehen auch sie wurde ja durch die hereinbrechenden ereignisse in mitleidenschaft gezogen zu meinem erstaunen hatte sie als ich sie mit den kindern in der nähe des kurhauses sah dieselbe gleichmütige ruhige miene wie sonst als ob all diese dinge welche die anderen fast um den verstand brachten sie nicht das geringste angingen ich hatte nicht die absicht sie anzusprechen und grüßte nur von weitem worauf sie mit einem kopfnicken dankte seit der affäre mit dem baron wurmerhelm hatte ich polina nicht ein einziges mal gesprochen eine art kindischen trotzes der sich nach und nach in wirklichen aufrichtigen unwillen verwandelte hielt mich davon ab mein innerstes empörte sich gegen diese beleidigende gleichgültigkeit mit der sie mich behandelte wenn sie selbst in ihrem herzen nichts für mich empfand so durfte sie doch meine gefühle nicht so rücksichtslos mit füßen treten hatte sie mich doch selbst von meiner liebe reden lassen und ruhig zugesehen wie dieselbe sich immer mehr und mehr bis zur hellen leidenschaft steigerte wenn ihr meine gefühle zuwider waren weshalb verbot sie mir nicht einfach von denselben zu reden ich war empört über ihr benehmen und dennoch konnte ich dieses schweigen nicht länger ertragen als ich sie damals vor dem kurhause traf begann mein herz heftig zu schlagen in meinem zimmer angelangt griff ich zur feder und schrieb ihr folgende zeilen polina alexandrovna ich sehe deutlich dass der letzte akt der tragikomödie herannaht es unterliegt keinem zweifel dass auch ihr schicksal bedroht ist ich wiederhole also zum letzten male bedürfen sie meiner oder nicht wenn es der fall ist wenn ich ihnen auch nur irgendwie dienen kann dann verfügen sie über mich ich bleibe während der nächsten tage noch im hotel und werde mein zimmer nicht verlassen schreiben sie mir oder rufen sie mich sobald es nötig sein sollte ich versiegelte den brief und sandte ihr denselben durch den zimmer kellner zu eine antwort verlangte ich nicht nach drei minuten jedoch kehrte der kellner zurück und meldete dass das fräulein mich grüßen lasse gegen sieben uhr wurde ich zum general gerufen er befand sich in seinem kabinett und war zum ausgehen gekleidet hut und stock lagen auf dem sofa als ich bei ihm eintrat stand er in verzweifelter haltung den kopf auf die brust gesenkt mitten im zimmer und schien mit sich selber zu sprechen kaum hatte er mich jedoch erblickt als er heftig auf mich zustürzte meine beiden hände ergriff und mich in das zimmer hinein zog er selbst nahm dann auf dem sofa platz und drückte mich auf einen daneben stehenden sessel ohne meine hände loszulassen tränen erglänzten plötzlich an seinen wimpern und mit zitternder flehentlich bittender stimme begann er alexei ivanovich retten sie retten sie mich erbarmen um gottes willen ich konnte lange nicht begreifen was er eigentlich wollte er redete und redete in einem fort und wiederholte beständig erbarmen erbarmen endlich hatte ich so viel verstanden dass er von mir irgendeinen rat verlangte dass er in seinem kummer und schmerz zu guter letzt auf mich verfallen war um wenigstens einen menschen zu haben vor dem er reden nichts weiter als reden konnte er machte einen ganz verstörten eindruck die letzten ereignisse hatten ihn offenbar aufs tiefste getroffen er rang die hände und war nah daran sich vor mir auf die knie zu werfen damit ich sogleich so mademoiselle blanche ginge und sie dazu bestimmte ihn wieder in gnaden aufzunehmen und seine gattin zu werden aber ich bitte sie general rief ich aus wie kann ich da etwas tun mademoiselle blanche hat mich vielleicht bis jetzt noch gar nicht einmal bemerkt wie sollte sie nun auf mich etwas geben alle meine einwürfe waren jedoch umsonst er begriff nicht was ich ihm sagte sondern schwatzte in seiner weise weiter fort auch von der großmutter begann er zu reden natürlich in derselben zusammenhangslosen weise er schien immer noch irgendwelche hilfe von der polizei zu erwarten bei uns bei uns schrie er unwillig bei uns wäre derartiges gar nicht möglich gewesen in einem wohlgeordneten staatswesen weiß man wie man mit solchen alten närrinnen umzuspringen hat unter kuratell würde man sie stellen jawohl mein herr fuhr er in resonierendem tone fort indem er plötzlich vom sofa aufsprang und im zimmer auf und ab zu schreiten begann jawohl mein werter herr merken sie sich das gefälligst bei uns macht man mit solchen alten weibern kein federlesen nein mein werter herr hat durchaus kein federlesen er wandte sich bei diesen worten beständig an irgendeinen werten herrn in der ecke des zimmers der indessen nur in seiner einbildung existierte dann warf er sich wieder auf das sofa und begann laut zu schluchzen und wirres zeug zu reden er sprach von de criet von der großmutter von seinen schulden und kam immer wieder auf blanche zurück deren treulosigkeit ihm wie es schien den letzten stoß versetzt hatte oh die undankbare die undankbare rief er verzweifelt aus sagen sie alexei iwanowitsch ist das nicht undank ich sah dass ich nichts mit ihm anfangen konnte doch es war gefährlich ihn allein zu lassen und so beauftragte ich den kellner und die wärterin fedosja ein auge auf ihn zu haben ich selbst begab mich in mein zimmer hinauf hatte dasselbe jedoch kaum betreten als potterpitch bei mir erschien und mich zur großmutter rief es war gegen acht uhr sie war soeben aus dem spielsaale zurückgekommen ich traf sie in ihrem krankenstuhl sitzend sie schien ganz erschöpft und offenbar leidend Martha reichte ihr eine tasse tee die sie ihr mit gewalt aufdrängen musste der ton und die stimme der großmutter waren seltsam verändert willkommen im väterchen alexei iwanowitsch sagte sie mit einem langsamen kopfnicken entschuldigen sie dass ich sie noch einmal belästigt habe verzeihen sie einer alten frau ich habe alles dort gelassen mein lieber beinahe hunderttausend rubel hattest recht als du gestern nicht mit mir gingst jetzt bin ich blank nicht einen heller habe ich mehr aber ich mag nicht länger bleiben um halb zehn geht der zug ab ich fahre auf alle fälle ich habe zu deinem engländer geschickt Astley heißt er nicht wahr er soll mir dreitausend franc auf acht tage borgen ich habe gott sei dank noch genug drei dörfer und zwei häuser in moskau sind noch da auch geld wird sich noch finden ich habe nicht alles mitgenommen sag ihm das alles doch da ist er ja selbst wirklich ein prächtiger mensch mr astley war sogleich zur großmutter geeilt und zögerte nicht ihr die dreitausend franc gegen einen wechsel auszuzahlen ohne sich lange aufzuhalten empfahl er sich und ging so nun geh du auch alexei ivanovich ich habe noch über eine stunde zeit ich will etwas ruhen bin ganz wie zerschlagen tattle mich alte närrin nicht weiter ich werde jetzt euch jungen leuten wegen eures leichtsinns keine vorwürfe machen und auch jenen unglücklichen da euren general will ich nicht weiter anklagen geld soll er freilich nicht bekommen er ist doch gar zu einfältig und würde es sicher wieder durchbringen da hat mich gott wirklich noch auf die alten tage für meinen stolz gestraft nun lebe wohl mafuscher hebe mich auf ich verabschiedete mich von der großmutter und versprach ihr das geleit zu geben das klägliche ende ihrer reise hätte sicherlich einen tieferen eindruck auf mich gemacht wenn mich nicht damals andere dinge weit mehr in anspruch genommen hätten ich befand mich in einem zustande nervöser erwartung jeden augenblick konnte irgendetwas entscheidendes geschehen es litt mich nicht in meinem zimmer ich ging in den korridor hinaus und lief sogar einmal die treppe hinunter um im freien einige ruhe zu gewinnen mein brief an polina war deutlich und bestimmt die katastrophe schien da zu sein der grie war fort wie man mir im hotel erzählt hatte wenn ich ihr freund nicht werden soll vielleicht bedarf sie eines dieners irgendwie werde ich ihr doch nützen können sei es auch nur indem ich ihre korrespondenz befördere kurz vor abgang des zuges war ich auf dem bahnhof und half der großmutter beim einsteigen sie hatte für sich und ihre dienerschaft ein eigenes coupé genommen danke dir väterchen für deine selbstlose teilnahme sagte sie beim abschied und erinnere praskovia an das was ich ihr gestern gesagt habe ich werde sie erwarten ich ging nach hause als ich an den zimmern des generals vorüber kam begegnete ich verdossia und erkundigte mich bei ihr nach dem befinden des generals ei väterchen dem fehlt nichts versetzte sie trocken ich wollte gleichwohl selbst zusehen wie es mit ihm stand blieb jedoch in der tür des kabinetts ganz starr vor erstaunen stehen als ich mademoiselle blanche und den general in der trefflichsten stimmung nebeneinander sitzen sah auch madame de commerce befand sich bei ihnen voll mütterlicher würde blickte sie vom sofa nach den liebenden hin der general schienen ganz närrisch vor freude er schwatzte allerhand unsinn und verzog immer wieder sein gesicht zu einem gedehnten nervösen lachen welches seine züge in zahllose kleine fältchen legte und seine augen vollständig verschwinden ließ ich hörte später von blanche selbst dass sie nur auf eine minute herübergekommen sei um seine tränen zu trocknen der arme general wusste nicht dass sein schicksal in jenem moment bereits entschieden war und blanche schon ihre koffer gepackt hatte um morgen mit dem ersten zuge nach paris abzureisen ich wollte die glücklichen nicht stören machte auf der schwelle des kabinetts kehrt und begab mich in mein zimmer hinauf ich öffnete die tür und bemerkte plötzlich im halb dunkel eine gestalt die in der ecke neben dem fenster auf einem stuhle saß sie blieb bei meinem eintritt sitzen ich schritt rasch auf sie zu mein atem stockte es war polina ende von elfter abschnitt abschnitt zwölf von der spieler von fjodor dostojewski übersetzt von august scholz diese librivox aufnahme ist in der public domain ich schrie auf was ist denn fragte sie mit sonderbarer stimme sie war bleich und blickte finster drein was sie hier bei mir wenn ich komme dann komme ich schon für immer das ist so meine gewohnheit sie werden sogleich sehen machen sie nur licht ich zündete eine kerze an sie erhob sich trat an den tisch heran und legte einen offenen brief vor mich hin lesen sie das sagte sie in befehlendem tone das das ist degriers handschrift rief ich aus indem ich den brief emporhob meine hände zitterten und die worte tanzten mir vor den augen ich habe den genauen wort laut des briefes vergessen doch erinnere ich mich der einzelnen gedanken desselben ganz genau das ungefähr war sein inhalt mademoiselle schrieb degrier unangenehme verhältnisse zwingen mich unverweilt abzureisen sie werden jedenfalls selbst bemerkt haben dass ich bisher absichtlich einer endgeltigen auseinandersetzung mit ihnen aus dem wege gegangen bin bevor nicht alle umstände aufgeklärt sind die ankunft der alten dame ihrer verwandten und das sonderbare benehmen derselben haben allen meinen zweifeln ein ende gemacht meine eigenen zerrütteten angelegenheiten verbieten es mir ein für allemal mich noch ferner hin jenen angenehmen hoffnungen hinzugeben mit denen mich zu tragen ich eine zeit lang mir erlaubte ich bedauere das was geschehen doch hoffe ich dass sie an meinem benehmen nichts auszusetzen haben werden was sich für einen edelmann und einen menschen von ehre nicht schickte nachdem ich fast mein ganzes vermögen ihrem stiefvater geopfert habe sehe ich mich in der peinlichen lage das was noch übrig ist zu retten ich habe bereits meine freunde in petersburg benachrichtigt dass sie sofort den verkauf eines mir verpfändeten besitztums veranlassen da ich jedoch weiß dass ihr leichtsinniger stiefvater auch ihr eigenes vermögen vergeudet hat so habe ich beschlossen ihm 50.000 fond nachzulassen und ihm einen teil der schuldscheine in höhe der obigen summe zurückzugeben so dass sie jetzt in der lage sind alles was sie verloren haben wieder zu erlangen indem sie ihre ansprüche auf gerichtlichem wege ihm gegenüber gelten machen ich hoffe mademoiselle dass meine handlungsweise ihnen bei der gegenwärtigen sachlage von großem nutzen sein wird ebenso hoffe ich dass ich durch diese handlungsweise meinen pflichten als mann von ehre und adel vollauf nachkomme seien sie überzeugt dass die erinnerung an sie in meinem herzen niemals verlöschen wird nun das ist ganz klar sagte ich indem ich mich an polina wandte könnten sie denn etwas anderes erwarten fügte ich unwillig hinzu ich habe nichts erwartet entgegnete sie scheinbar ruhig doch glaubte ich in ihrer stimme ein eigentümliches zittern zu bemerken ich habe längst meinen entschluss gefasst ich habe ihm seine gedanken von der stirn gelesen habe gewusst was er im schilde führt er dachte dass ich nicht so ohne weiteres nachgeben dass ich darauf bestehen würde sie hielt inne bis ich auf die lippen und schwieg ich habe absichtlich meine geringschätzung ihm gegenüber verdoppelt nahm sie nach einer weile wieder das wort ich wusste genau was ich von ihm zu erwarten hatte sobald das telegramm von der erbschaft gekommen wäre hätte ich ihm die summe welcher ihm dieser idiot der general schuldig ist vor die füße geworfen und ihm die tür gewiesen schon längst oh schon längst ist er mir verhasst mit welcher wollust würde ich ihm jetzt diese 50.000 franc ins gesicht werfen um dann vor ihm auszuspeien und ihm den rücken zu kehren aber die schuldscheine diese schuldscheine über 50.000 franc welche er dem general gegeben hat verlangen sie dieselben und geben sie sie der grillier zurück oh nicht doch nicht doch freilich freilich das geht nicht was kann der general jetzt tun aber die großmutter rief ich auf einmal polina blickte mich ungeduldig und zerstreut an was soll die großmutter versetzte sie ärgerlich ich will nicht zu ihr gehen ich mag überhaupt von niemandes gnade leben fügte sie ärgerlich hinzu aber was ist dann zu tun rief ich und wie wie konnten sie diesen der grillier nur lieben oh der schurke ich werde ihn im duell töten wenn sie es verlangen wo befindet er sich jetzt er ist in frankfurt und will dort drei tage verweilen nur ein wort von ihnen und ich fahre hin morgen sogleich mit dem ersten zuge rief ich in albernem eifer sie lachte und wenn er ihnen sagt bringen sie mir erst die 50.000 franc zurück weshalb sollte er sich überhaupt mit ihnen schlagen was für ein unsinn aber woher woher sollen wir denn die 50.000 franc nehmen wiederholte ich zähne knirschend als ob man diese ohne weiteres vom boden aufheben könnte hören sie einmal was denken sie von mr astley fragte ich in dem plötzlich ein gedanke in mir auftauchte ihre augen funkelten zornig wie also du selbst verlangst es daß ich dich verlasse und zu diesem engländer gehe rief sie indem sie mich mit ihren blicken durchbohrte und ein bitteres lächeln um ihre lippen zuckte zum ersten male im leben sagte sie du zu mir plötzlich schien es als ob ein schwindel sie erfasste sie sank kraftlos auf den divan nieder mir war es als ob ein blitz in mich gefahren wäre wie erstarrt stand ich vor ihr und wollte meinen sinnen nicht trauen wie dann liebt sie mich also zu mir ist sie gegangen und nicht zu mr astley ganz allein aus eigenem antriebe ohne begleitung ist sie die junge vornehme dame in mein hotelzimmer gekommen ohne rücksicht darauf dass sie sich vor aller welt kompromittiert und ich stehe vor ihr und begreife noch nichts ein wilder gedanke durchzuckte mein hirn polina lass mir nur eine stunde zeit warte hier nur eine stunde ich ich werde bald zurück sein es ist durchaus notwendig es muss sein du wirst sehen bleibe hier bleibe hier ich stürzte aus dem zimmer ohne ihren erstaunt fragenden blick zu beachten sie rief etwas hinter mir her doch wandte ich mich nicht einmal um in der tat bisweilen setzt sich ein ganz absonderlicher offenbar unmöglicher gedanke so sehr im kopfe fest dass man ihn schließlich für ganz einfach und leicht ausführbar hält aber nicht genug daran es braucht sich nur mit einem gedanken ein starker leidenschaftlicher wunsch zu verbinden und man hält ihn sogleich für etwas fatalistisches unvermeidliches vorherbestimmtes für etwas das sich durchaus verwirklichen muss das unter keinen umständen unverwirklich bleiben kann vielleicht verbirgt sich dahinter noch irgendein besonderes seelisches moment irgendeine kombination von vorgefühlen eine ungewöhnliche anspannung des willens ein plötzliches auflodern der einbildungskraft oder sonst etwas in dieser art das sich nicht näher zu bezeichnen vermag jedenfalls geschah an jenem abend den ich niemals in meinem leben vergessen werde etwas ganz wunderbares das sich zwar durch die gesetze der arithmetik durchaus erklären lässt das aber für mich nichtsdestoweniger bis auf den heutigen tag wunderbar geblieben ist es war ein viertel auf elf als ich den spielsaal betrat ich betrat ihn mit dem festesten vertrauen auf mein glück und in einer solchen erregung wie ich sie noch niemals kennengelernt hatte die spielsäle waren noch ziemlich gefüllt obwohl kaum halb so voll wie am morgen nach elf uhr blieben an den spieltischen nur noch die wirklichen verzweifelten spieler für die nichts in den bädern existiert außer der roulette die einzig um ihretwillen hinkommen nichts bemerken was sonst um sie herum vorgeht und sich während der ganzen saison für nichts weiter interessieren sondern vom frühen morgen bis in die nacht hinein spielen und auch die ganze nacht hindurch bis zum morgen spielen würden wenn es möglich wäre sie sind jedes mal höchst empört wenn die roulette um zwölf uhr geschlossen wird wenn der grubier kurz vor schluss die drei letzten kuhs ansagt dann sind sie bereit alles was sie besitzen auf diese drei kuhs zu wagen und verlieren gerade da am aller häufigsten ich begab mich zu demselben tische an welchem vorher die großmutter gesessen hatte es war nicht sehr voll so dass ich ohne weiteres an den tisch herantreten konnte gerade vor mir las ich auf dem grünen tuche das wort pass das bedeutet die zahlenreihe von 19 bis 36 die erste hälfte der zahlen von 1 bis einschließlich 18 wird mit dem worte monk bezeichnet aber was ging mich diese bezeichnungen an ich war nicht in der verfassung zu überlegen und zu rechnen ich hörte nicht einmal hin welche ziffern zuletzt gewonnen hatten sondern zog ohne weiteres die 20 friedrich dorr die ich noch besaß aus der tasche und warf sie auf das wort pass 22 schrie der grubier ich hatte gewonnen und ließ den einsatz samt dem gewinn stehen 31 rief der grubier wieder gewonnen ich hatte bereits 80 friedrich dorr ich schob die ganze summe auf die zwölf mittleren zahlen gewann ich so erhielt ich die dreifache summe freilich standen die chancen eins zu drei das rad drehte sich die kugel blieb auf 24 stehen man legte mir drei rollen zu 50 friedrich dorr und zehn einzelne goldstücke hin so dass ich im ganzen 240 friedrich dorr hatte ich war wie im fieber und schob den ganzen haufen gold auf rot und plötzlich kam ich zu klarer besinnung das einzige mal an diesem ganzen abend es überlief mich eisig kalt ich fühlte ein zittern in händen und füßen mit schrecken empfand ich in diesem moment was es für mich jetzt bedeutete zu verlieren mein ganzes leben stand auf dem spiele rot rief der grubier und ich holte tief atem wie ameisen lief es mir über den körper man zahlte mir mit banknoten aus 4000 gulden und 80 friedrich dorr ich konnte noch zählen ich setzte nun soviel ich mich erinnere 2000 gulden wieder auf die zwölf mittleren zahlen und verspielte auch meine goldstücke gingen verloren da nahm ich wütend die 2000 gulden die mir noch geblieben waren und setzte sie blindlings auf die zwölf ersten einen kurzen moment hatte ich nun ein gefühl welches jenem ähnlich sein mochte das madame blanchard empfand als sie in paris aus dem luftballon auf die erde fiel vier rief der grubier ich besaß wieder alles in allem 6000 gulden ich fühlte mich wieder als sieger und fürchtete nun nichts nichts mehr ich musste gewinnen nachlässig warf ich 4000 gulden auf schwarz nach mir setzten wohl an zehn menschen gleichfalls auf schwarz die grubier sahen sich gegenseitig an und wechselten ein paar worte ein flüstern ging durch die gruppen der zuschauer die unseren tisch umstanden schwarz gewann wie ich nun weiter pointierte kann ich nicht mehr sagen ich erinnere mich nur dass ich auf einmal 16.000 gulden hatte die plötzlich durch drei unglückliche setze auf 4000 herabsanden diesen rest schob ich halb unbewusst denn zu klarem nachdenken war ich nicht mehr fähig auf pass und gewann ich gewann noch viermal hintereinander und weiß nur dass ich das geld nach tausenden zählte auch das ist mir erinnerlich dass zumeist die zwölf mittleren zahlen herauskamen und dass ich mich schließlich ganz an sie hielt sie erschienen ziemlich regelmäßig drei und viermal hintereinander dann verschwanden sie auf ein oder zwei mal um von neuem drei oder viermal wiederzukehren es war ein merkwürdiges beispiel jener regelmäßigkeit die ich früher bereits erwähnt habe und die alle berechnungen jener spieler welche mit einem bleistift in der hand die chancen kontrollieren völlig über den haufen wirft es ist wirklich belustigend zu beobachten was für streiche der zufall diesen rechenmeistern spielt seit meiner ankunft mochte kaum eine halbe stunde vergangen sein als der coupier mir auf einmal eröffnete dass ich 30.000 gulden gewonnen hätte und dass die roulette geschlossen werden müsste da die bank für eine höhere summe nicht aufkomme ich füllte all mein gold in die taschen nahm die banknoten und eilte ohne zu zögern in den nächsten saal in welchem noch gespielt wurde eine ganze schar folgte mir an den zweiten tisch hier machte man mir sogleich platz und ich begann sofort zu setzen ohne berechnung ins blaue hinein gott weiß welcher stern damals über mir gewaltet hat bisweilen blitzte es übrigens in meinem kopfe auf wie eine spur von überlegung dann klammerte ich mich an gewisse zahlen und chancen doch sah ich bald wieder von ihnen ab und setzte blindlings wie bisher auch meine gewinne vermochte ich nicht immer zu kontrollieren die gruppiers mussten mir öfters zu hilfe kommen von meinen schläfen ran der schweiß und meine hände zitterten einige von den spielern boten mir bereitwilligst ihre dienste an doch hörte ich auf niemanden mein glück schien unerschütterlich immer lauter wurde es ringsum bravo rufe ermunterndes lachen und sogar hände klatschen ließ sich vernehmen auch an dem zweiten tische gewann ich 30.000 gulden die bank wurde bis zum nächsten tage geschlossen gehen sie jetzt gehen sie flüsterte mir eine stimme zur rechten zu es war ein frankfurter jude der die ganze zeit hindurch neben mir gestanden hatte und mir wie ich glaube beim spiele behilflich gewesen war gehen sie um gottes willen flüsterte eine andere stimme an meinem linken ohre ich blickte mich um und sah eine bescheidene anständig gekleidete dame von etwa 30 jahren mit einem krankhaft bleichen müden gesichte das indessen noch deutliche spuren einstiger schönheit trug ich war soeben dabei die goldrollen und banknoten in meine tasche zu stecken ohne darauf zu achten dass ich die letzteren ganz zerknüllte möglichst unbemerkt schob ich die letzte 50 friedrich dor enthalten der rolle in die hände der bleichen dame deren feine magere finger mir mit einem nervösen drucke dankten alles dies war das werk einer sekunde nachdem ich meinen ganzen gewinn eingesteckt hatte ging ich zum tronc écartant über das publikum welches diesem kartenspiele huldigt ist vornehmer als das publikum der roulette die bank garantiert hier 100.000 taler der größte einsatz beträgt gleichfalls 4000 gulden ich hatte keine ahnung von diesen spiele und wusste nur so viel dass man auch hier auf rot oder schwarz setzen kann ich hielt mich dann auch ganz an die beiden farben alles was im spielsaale war drängte sich mir nach ich erinnere mich nicht ob ich die ganze zeit hindurch auch nur ein einziges mal an polina gedacht habe ich gab mich ganz dem eigentümlichen lustgefühl hin welches mir das zusammenraffen und einheimsen der vor mir immer mehr anwachsenden haufen von banknoten gewährte es war in der tat als ob eine besondere fügung des schicksals über mir waltete das spiel schien mir gleichsam in seinen chancen entgegen zu kommen ich erinnere mich namentlich dass rot ungewöhnlich günstig schlug und ich hartnäckig immer wieder darauf setzte übrigens kommt es ziemlich häufig vor dass das glück sich in dieser weise an eine farbe oder eine bestimmte zahlenkombination heftet zehn oder 15 mal rot hintereinander ist gar keine seltenheit vergangene woche war ich selbst zeuge wie es sogar 22 mal hintereinander schlug ein ereignis das im spielsaal großes aufsehen erregte und lebhaft besprochen wurde natürlich wagt es selten jemand öfter als zehn mal auf rot zu setzen und ein erfahrener spieler unterlässt es dann überhaupt auf die farben zu halten da er weiß wie übel ihm derartige tücken des zufalls mitspielen können umso schlimmer ergeht es in solchen fällen den neulingen die immer und immer wieder schwarz erwarten ihre sätze verdoppeln und verdreifachen und sich in kürzester zeit blank spielen ich hielt mich nun im gegenteil als ich bemerkte dass rot bereits siebenmal geschlagen hatte ganz eigensinnig an diese farbe es war vielleicht ein wenig eitelkeit mit dabei im spiele ich wollte meine zuschauer durch meine unsinnige waghalsigkeit in erstaunen setzen wodurch es schließlich bis zur tollheit erregt wurde es war als ob meine seele die an diesem tage bereits so viele empfindungen durchkostet hatte immer nach neuen stärkeren spannungen dürstete immer erregter und leidenschaftlicher vibrierte bis schließlich völlige ermattung eintrat nein ich lüge nicht ich hätte ohne bedenken 50.000 gulden auf einmal gewagt wenn die spielordnung es gestattet hätte immer lauter wurde es um mich man rief mir zu es sei wahnsinn so zu setzen denn rot habe bereits 14 mal hintereinander geschlagen der herr hat bereits 100.000 gulden gewonnen ließ sich eine stimme neben mir vernehmen plötzlich kam ich zur besinnung wie ich hatte 100.000 gulden gewonnen wozu brauchte ich dann mehr ich stürzte mich auf die banknoten stopfte sie ohne zu zählen in meine taschen raffte die goldrollen zusammen und eilte aus dem saale man lachte über mich als ich so mit weit ausstehenden taschen hinaus lief auf der einen seite fast niedergezogen von der last des goldes das ich auf mehr als ein halbes putz schätzte von allen seiten streckten sich mir hände entgegen und ich gab ohne zu zählen am eingange hielten mich zwei jüdische kaufleute auf sie sind kühn sehr kühn sagten sie zu mir aber wenn wir ihnen raten können fahren sie morgen früh so zeitig als möglich fort sonst werden sie alles wieder verspielen ich hörte nicht weiter auf sie die promenade war so dunkel dass man die hand nicht vor den augen sah bis zum hotel waren etwa 500 schritte vor dieben und räubern hatte ich selbst als kind keine angst gehabt auch jetzt lag mir jeder gedanke an sie fern ich hatte nur ein eigentümliches fast unheimliches gefühl ein gefühl der macht des sieges des erfolges auch polinas bild tauchte jetzt vor mir auf ich erinnerte mich ihrer und wurde mir bewusst dass ich zu ihr eile dass ich sogleich mit ihr zusammentreffen ihr alles erzählen und meine reichtümer zeigen würde dessen jedoch was sie vorher mit mir gesprochen konnte ich mich nicht mehr erinnern und doch hatten nur ihre mitteilungen mich bewogen in den spielsaal zu eilen alles was vorher geschehen war erschien mir als etwas vergangenes veraltetes längst abgetanes nein nicht von diesen dingen werden wir jetzt reden denn alles beginnt ja nun von neuem plötzlich am ende der allee überkam ich doch noch das gefühl der furcht wie wenn man mich jetzt ermordet und beraubt durchzuckte es mich je mit jedem schritte verdoppelte sich meine angst ich lief so rasch ich konnte endlich erblickte ich am ende der allee auf einmal das von zahlreichen lichtern erhellte hotel gott sei dank ich war zu hause ich stürzte die treppe zu meiner kammer hinauf und riss schnell die tür auf polina war noch da sie saß auf dem divan die arme auf der brust gekreuzt auf dem tische vor ihr stand eine brennende kerze sie blickte mich verwundert an ich muss in der tat einen sonderbaren eindruck geboten haben ich blieb vor ihr stehen und begann meine taschen auf dem tisch zu entleeren ende von zwölfter abschnitt abschnitt 13 von der spieler von fjodor dostojewski übersetzt von august scholz diese librivox aufnahme ist in der public domain ich erinnere mich dass sie mir mit einem ausdruck höchster spannung ins gesicht sah ohne jedoch ihren platz zu verlassen oder sich nur auf demselben zu bewegen 200.000 frau habe ich gewonnen rief ich aus indem ich die letzten banknoten auf den tisch warf ein haufen von gold und papier geld bedeckte den ganzen tisch ich konnte meine blicke von demselben nicht abwenden und vergaß für momente sogar polinas gegenwart bald begann ich die haufen der bank billets zu ordnen bald das gold nachzuzählen dann ließ ich wieder alles liegen und begann mit raschen schritten in nachdenken versunken durch das zimmer zu schreiten um gleich darauf wieder an den tisch zu gehen und von neuem zu zählen dann kam mir plötzlich der gedanke die tür zu verschließen ich stürzte auf sie zu und drehte den schlüssel zweimal im schlosse um endlich blieb ich überlegen vor meinem kleinen reisekoffer stehen soll ich's bis morgen in den koffer legen fragte ich indem ich mich an polina wandte deren anwesenheit mir auf einmal gegenwärtig wurde sie saß noch immer ohne sich zu bewegen auf derselben stelle indem sie mein gebaren aufmerksam mit den blicken verfolgte ein ganz eigentümlicher ausdruck der mir durchaus nicht gefallen wollte lag in ihrem gesichte ich glaube das richtige zu treffen wenn ich behaupte dass es der ausdruck des hasses war mit raschen schritten trat ich an sie heran polina begann ich hier sind 25.000 gulden das ist so viel wie 50.000 franc sogar noch mehr nehmen sie das geld und werfen sie es ihm morgen ins gesicht sie antwortete mir nicht wenn sie es wünschen werde ich es ihm selbst überbringen so gleich morgen früh wollen sie sie brach plötzlich in ein lautes lang andauerndes lachen aus ganz erstaunt und sogar ein wenig beleidigt blickte ich sie an sie lachte ganz so wie sie öfters zu lachen pflegte wenn ich ihr von meinen gefühlen für sie sprach es war ein böses höhnisches lachen das sie gewöhnlich bei meinen leidenschaftlichen ausbruchen hören ließ endlich hörte sie auf und begann mich stirnrunzelnd mit strengen blicken von unten herauf zu mustern ich nehme ihr geld nicht sagte sie verächtlich wie was ist das rief ich aus weshalb nicht polina ich nehme kein geld umsonst ich biete es ihnen wie ein freund an ich bin sogar bereit ihnen mein leben zu opfern sie sah mich mit einem langen forschenden blicke an als ob sie in meinem innersten lesen wollte sie taxieren mich zu hoch sagte sie dann lachend d'écris geliebte ist keine 50.000 francs wert polina wir können sie nur so mit mir sprechen rief ich vorwurfsvoll aus bin ich denn d'écris ich hasse sie ja ja ich liebe sie ebenso wenig wie d'écris fügte sie mit funkelnden augen hinzu plötzlich bedeckte sie ihr gesicht mit den händen und bekam einen hysterischen anfall ich trat ganz nahe an sie heran um sie zu beruhigen aber sie gebärdete sich als ob sie von sinnen wäre ich begriff dass nicht ich an ihrer aufregung schuld sei kaufe mich willst du willst du für 50.000 francs wie d'écris was stieß sie abgerissen unter krampfhaften schluchsen hervor ich umarmte sie küßte ihre hände und füße und fiel vor ihr auf die knie ihr anfall ging vorüber sie legte beide hände auf meine schultern und begann mich von neuem mit durchdringenden blicken zu betrachten es schien als ob sie irgendetwas aus meinem gesicht herauslesen wollte ich sprach beständig zu ihr doch glaube ich dass sie auf meine worte gar nicht achtete und nur ihren eigenen gedanken nachhing ihr gesicht nahm einen eigentümlichen nachdenklichen ausdruck an bald zog sie mich an ihre brust indem ein lächeln des vertrauens über ihre züge huschte bald stieß sie mich heftig von sich und blickte wieder so finstert rein wie vorher plötzlich schloss sie mich leidenschaftlich in ihre arme du liebst mich also du liebst mich begann sie du willst dich um meinetwillen mit dem baron prügeln und sie lachte so lebhaft und herzlich dass ihre sonst so strengen züge mir auf einmal fast naiv und lieblich erschienen was sollte ich mit ihr beginnen ich war selbst wie im fieber und weinte und lachte mit ihr ich erinnere mich dass sie von irgendetwas zu reden begann doch konnte ich fast gar nichts verstehen flüsternd und kosend erzählte sie mir irgendetwas so hastig und wirr als ob sie nur rasch damit zu ende kommen wollte dann brach sie wieder in munteres helles gelächter aus das mich fast erschreckte nein nein flüsterte sie mir heiß ins ohr du bist mein lieber mein guter getreuer und wieder legte sie mir ihre hände auf die schultern wieder blickte sie mich so durchdringend und forschend an und sagte von neuem du liebst mich liebst mich willst du mich wirklich lieben ich wandte meine augen nicht von ihr ab und konnte mich nicht satt sehen als sie meinen leidenschaftlichen blicken begegnete lächelte sie listig und begann auf einmal von mr astley zu reden was sie von ihm sagte konnte ich nicht recht verstehen doch schien es mir dass sie sich über ihn lustig machte sie wiederholte beständig dass er warte dass er sicher unter dem fenster stehe ja ja unter dem fenster machs einmal auf und sie hinaus gewiss ist er da dabei schob sie mich schalkhaft lachend nach dem fenster hin kaum aber machte ich eine bewegung nach demselben als sie sich von neuem vor lachen zu schütteln begann und mich in ihre arme zurückzog wir werden also abreisen wirklich morgen abreisen fragte sie dann auf einmal nun und was denkst du werden wir die großmutter noch einholen vielleicht werden wir sie in berlin noch antreffen was wird sie nur sagen wenn wir so unerwartet vor sie hintreten und mr astley nun der wird nicht vom schlangenberg hinab springen was meinst du weißt du auch dass er mich eingeladen hat im nächsten jahre mit ihm nach dem nordpol zu fahren ein köstlicher gedanke nicht übrigens ist er ein guter junge dieser astley er hat sogar für den närrischen general worte des bedauerns und du du willst wirklich degrier aufsuchen und töten nein das lasse ich nicht zu auch den baron sollst du nicht töten lachte sie plötzlich hell auf nein wie lächerlich du damals warst als ich dich zur baronin schickte es war wirklich belustigend euch drei von weitem zu sehen du hattest erst gar keine rechte neigung hinzugehen ach und wie musste ich dann über dich lachen sie begann mich von neuem zu küssen und zu umarmen und schmickte ihr gesicht zärtlich an das meinige ich war nicht fähig irgendetwas zu denken es wurde mir ganz toll und wirr im kopfe es mochte gegen sechs uhr des morgens sein als ich erwachte die sonne schien bereits in mein zimmer polina saß neben mir und blickte mit seltsamem gesichtsausdruck um sich als ob sie aus einer ohnmacht erwacht wäre und mit gewalt ihre gedanken zusammensuchte auch sie war soeben erst erwacht endlich blieb ihr blick an dem tische und dem goldhaufen auf demselben haften es war mir sonderbar zumute ich fühlte einen dumpfen schmerz im kopfe ich wollte polinas hand ergreifen aber sie stieß mich heftig zurück und sprang vom divan auf es war ein trüber grauer morgen während der nacht hatte es geregnet sie ging an das fenster und lehnte sich mit kopf und brust hinaus indem sie die ellbogen auf die fensterbrüstung stützte in dieser haltung verblieb sie etwa drei minuten ohne sich nach mir umzuwenden oder das was ich ihr sagte zu hören ein gefühl der angst packte mich bei dem gedanken was nun geschehen wie das alles enden würde plötzlich wandte sie sich um ging auf den tisch zu und sagte mit vor erregung zitternder stimme indem sie mich mit dem ausdruck grenzenlosen hasses ansah nun so gib mir doch meine fünfzigtausend franc ach polina schon wieder schon wieder entgegnete ich mit wehmütiger stimme du hast dich wohl anders besonnen hahaha prächtig ich hatte bereits am abend vorher fünfundzwanzigtausend gulden abgezählt welche polina an de griez geben sollte sie lagen auf dem tische bereit ich nahm sie und reichte sie ihr das gehört also wirklich mir wirklich fragte sie in eigentümlich boshaften tone während sie das geld in der hand hielt gewiss es hat ihr immer gehört sagte ich nun da hast du deine fünfzigtausend franc rief sie mit zornig funkelnden augen indem sie weit ausholte und mir das päckchen mit den banknoten so heftig ins gesicht warf dass es mich schmerzte die banknoten flogen auseinander und fielen auf den boden polina aber hatte bevor ich sie daran hindern konnte die tür erreicht und das zimmer verlassen ich wusste nicht wie mir geschehen war ich konnte mir irritant nur damit erklären dass sie sich in einem zustande vorübergehender geistesgestörtheit befand was aber war die ursache dieses zustandes und des heftigen ausbruches in welchem derselbe sich äußerte war es beleidigter stolz oder verzweiflung darüber dass sie in mein zimmer gekommen war hatte ich etwa ihr gefühl beleidigt ihr meinen triumph allzu deutlich gezeigt sie ebenso gemein behandelt wie jener schurke de crié doch nein das konnte nicht sein ich meinte es so aufrichtig und ehrlich mit ihr nur ihre eigene tollheit war an allem schuld erregte in ihr das misstrauen gegen mich und bewog sie mich zu beleidigen wenn mich eine schuld traf so war dieselbe jedenfalls nur gering und konnte nur in ihrer krankhaft erregten fantasie so schwer und groß erscheinen allerdings hätte ich auf ihre erregung rücksicht nehmen müssen aber war dieselbe wirklich so heftig dass sie ihr bewusstsein gänzlich trüben konnte wusste sie wirklich nicht was sie tat als sie mit de criés brief bei mir erschien um wenigstens bei irgendjemandem rat und trost zu finden ich verbarg meine reichtümer so gut es ging in der bettmatratze und verließ einige minuten nach polina meine kammer ich nahm als sicher an dass sie auf ihr zimmer gegangen sei und wollte mich ganz leise hinunterschleichen um mich bei der kinderwärterin nach der gesundheit des fräuleins zu erkundigen wie groß war mein erstaunen als ich von dieser erfuhr dass polina noch gar nicht zu hause sei und dass sie die wärterin mich nach ihr habe fragen wollen soeben vor etwa zehn minuten ist sie von mir fortgegangen rief ich erschrocken wohin kann sie nur gegangen sein die wärterin sah mich vorwurfsvoll an während ich hastig an ihr vorüber stürzte in der portierstube hatte man unterdessen bereits eine ganze klatschgeschichte zusammengedichtet der portier und der oberkellner erzählten einander flüsternd dass das fräulein um sieben uhr des morgens das hotel eilig verlassen habe und in der richtung nach dem hotel d'angleterre in den regen hinaus gelaufen sei aus ihren anspielungen entnahm ich dass sie bereits von polinas besuch in meinem zimmer unterrichtet waren auch die übrigen geheimnisse unserer herrschaften waren schon in aller munde man erzählte sich dass der general gestern verrückt geworden sei und das ganze hotel mit seinen wehklagen erfüllt habe dass ferner die großmutter welche man übrigens als seine mutter bezeichnete eigens zu dem zweck aus russland angekommen sei um ihrem sohne die heirat mit mademoiselle de commas zu verbieten und ihm im falle des ungehorsams zu enterben absichtlich habe sie vor seinen augen ihr ganzes vermögen in der roulette verspielt so dass er nun als armer schlucker ohne einen heller da sitze nein diese russen wiederholte der oberkellner indem er unwillig den kopf schüttelte auch von meinem gewinn hatte man bereits gehört mein zimmerkellner war der erste der mir gratulierte ich hielt mich jedoch nicht lange auf sondern begab mich so rasch als möglich nach dem hotel d'angleterre es war noch früh ich wusste nicht ob mr erstle mich empfangen würde ich ließ mich bei ihm melden und bald darauf kam er selbst zu mir in den korridor heraus er blieb vor mir stehen richtete schweigend seine bleifarbigen augen auf mich und schien meine anrede abzuwarten ich fragte ohne weiteres nach polina oh ja sie ist bei mir antwortete mr erstley ohne den ausdruck seines gesichtes zu verändern sie ist also wirklich bei ihnen allerdings sie ist bei mir dann haben sie die absicht sie bei sich zu behalten oh ja ich habe die absicht aber das wird einen skandal geben mr erstley das ist ganz unmöglich haben sie denn nicht bemerkt dass sie krank ist oh ja ich habe das bemerkt wenn sie nicht krank wäre würde sie nicht zu ihnen gegangen sein so ist ihnen also auch das bekannt allerdings auch das ist mir bekannt sie wollte schon gestern zu mir kommen ich hätte sie bei einer verwandten von mir untergebracht aber da sie krank war so ging sie fehl und kam zu ihnen wie sonderbar dann sind sie also ihr erwählter beschützer aber erlauben sie mir noch eine frage haben sie nicht diese nacht unter den fenstern unseres hotels zugebracht miss polina forderte mich mehrmals auf zum fenster hinaus zu sehen und nachzusehen ob sie da wären es schien ihr so viel vergnügen zu machen dass sie da unten auf sie warteten wenigstens lachte sie dabei ganz unwendig wirklich nun unter den fenstern habe ich nicht gestanden doch bin ich längere zeit vor dem hotel auf und ab gegangen ich fühlte mich versucht mich über mr erstley ein wenig lustig zu machen doch der gedanke an polina unterdrückte ihn mir dieses niedrige verlangen es wird vor allem nötig sein einen arzt zu miss polina zu rufen bemerkte ich in aufrichtiger besorgnis oh ja ich habe bereits einen arzt rufen lassen wenn sie stirbt werde ich sie zur verantwortung ziehen mein herr was wollen sie denn von mir mr erstley versetzte ich ganz verdurzt sie haben gestern hunderttausend gulden gewonnen nicht wahr fragte er statt der antwort dann reisen sie nur so bald als möglich nach paris warum nach paris alle russen reisen nach paris wenn sie geld haben erklärte mir mr erstley mit einem tone als ob er seine worte aus einem buche ablese was soll ich denn jetzt im sommer in paris ich wünschte miss polina zu sprechen ich liebe sie wie sie wissen in der tat und ich bin davon überzeugt dass das nicht der fall ist fahren sie nur fahren sie sonst verlieren sie hier wieder alles was sie gewonnen haben leben sie wohl ich bin überzeugt dass sie noch heute nach paris fahren werden gut dann leben sie wohl nach paris jedoch werde ich nicht fahren aber was soll nun hier werden mr erstley was wird der general sagen wenn er erfährt dass miss polina sich bei ihnen befindet die ganze stadt wird sie zum gegenstand ihres geschwätzes machen das wird allerdings geschehen was der general anlangt der hat jetzt andere dinge im kopfe übrigens hat miss polina das unbestrittene recht zu leben wo sie will auf ihre familie braucht sie keine rücksicht zu nehmen denn diese familie existiert nicht mehr ich sah dass mr erstley jetzt entschlossen war mich nicht zu polina zu lassen und gab den versuch auf sie zu sehen während ich nach unserem hotel zurückkehrte dachte ich darüber nach mit welchem ernst er mir die reise nach paris empfohlen hatte und musste im stillen über ihn lächeln und was wollte er nur damit sagen dass er mich zur rechenschaft ziehen würde falls polina stürbe will er mich etwa zum duell fordern und erschießen diese polina scheint es ihm allen ernstes angetan zu haben sonderbar waren übrigens meine eigenen empfindungen in betrefft polinas ich fühlte zwar tiefes mitleid mit ihr aber jener sturm der leidenschaften mit dem mein ganzes wesen ihr einst zugestrebt hatte war gleichsam plötzlich verflogen seit ich gestern an den kartentisch getreten war und in gold und banknoten wühlen gelernt hatte war mein ganzes ich wie mit einem schlage verändert ich war ein neuer mensch mit neuen zielen und strebungen mit einer neuen seele geworden für den alles was ihm bisher lieb und wert gewesen selbst seine liebe in den hintergrund trat ich war mir damals über diese verwandlung die mit mir vorgegangen noch nicht völlig klar ich wunderte mich nur darüber dass ich polina die mir einst teurer als mein leben so ohne weiteres aufgeben konnte oh jetzt da ein langer zeitraum mich von den ereignissen jener tage trennt jetzt sehe ich deutlich was damals mit mir geschehen der spieler war in mir mit einem male erwacht und die neue leidenschaft hatte unwiderstehlich von mir besitz ergriffen oh ich liebe polina auch heute noch und ich weiß nicht welche wendung alles genommen hätte wenn nicht ein zwischenfall eingetreten wäre der an sich so gemein und lächerlich war und nur infolge meine charakterlosigkeit für mich eine solche bedeutung erlangen konnte ich wollte soeben das zimmer des generals betreten als ich plötzlich eine tür in der nähe desselben öffnete und mich irgendjemand beim namen rief es war madame de commerce die mich im auftrage der mademoiselle blanche zum nähertreten einlud ich folgte der einladung und hörte bereits im ersten zimmer das muntere gelächter der mademoiselle blanche die sich soeben im nebenzimmer anschickte ihr bett zu verlassen ihre wohnung im hotel bestand nur aus zwei zimmern sieh da ist er ja komme doch herein du närrchen ist es wahr dass du einen berg von gold und silber gewonnen hast ich würde das gold vorziehen es ist wahr sagte ich lachend wie viel ist es denn hunderttausend gulden ei mein hänschen was für glück du hast aber komm doch näher ich höre ja nichts nun wollen wir recht in saus und braus leben nicht wahr ich ging zu ihr hinein sie wälzte sich unter einer rosa atlas decke unter der ihre prächtigen bräunlichen schultern sich verführerisch abhoben schultern die man sonst nur im traume sieht und die meine sinne augenblicklich vollständig verwirrten hast du ein herz mein junge fragte sie munter lachend siehst du wenn du nicht gar zu dumm bist will ich dich mit mir nach paris nehmen du weißt doch dass ich heute in einer stunde dahin abreise ich blickte sie ganz erstaunt an und sah mich dann flüchtig im zimmer um in der tat waren ihre koffer bereits gepackt nun willst du mit mir reisen mein ouchitel aber was stehst du denn da und starrst mich an bring mir doch rasch meine strümpfe a lau mein junge ich holte ihre feinen seidenen strümpfe herbei und half ihr gehorsam beim anziehen derselben nun was meinst du dazu dass ich dich mitnehme du gibst mir im vorhinein 50.000 franc den rest wollen wir dann so rasch als möglich durchbringen ach paris paris dort sollst du sterne am lichten tag gesehen einen oder zwei monate werden wir wohl reichen wie nur zwei monate was du erschrickst helenders klare aber weißt du denn nicht dass du dort im himmel schwelgen wirst pfui du bist es nicht wert dass man sich mit dir befasst nö was meinst du als ich sie zwei minuten später verließ war ich besiegt auf dem korridor begegnete ich dem oberkellner der mir unter höflichen bücklingen das prächtige logis anbot welches bisher der graf b inne gehabt hatte zu seinem erstaunen verlangte ich die rechnung und teilte ihm mit dass ich mit dem nächsten zuge abreisen würde tatsächlich befand ich mich eine halbe stunde später mit blanche und ihrer mutter bereits in einem besonderen coupé des kurierzuges der uns in der richtung nach frankfurt entführte mademoiselle blanche lachte in einem fort in dem sie mich beständig ansah und madame de commerce konnte sich gleichfalls vor lachen nicht halten ich selbst befand mich durchaus nicht in bester stimmung ich hatte das gefühl dass sich in meinem leben eine verhängnisvolle wendung vollzog doch war ich seit dem gestrigen abend gewöhnt alles auf eine karte zu setzen übrigens ließ mir blanche nicht viel zeit zum grübeln und nachdenken sie lachte und schalt mich abwechselnd und schilderte mir das leben in paris in den glänzendsten farben oh du wirst glücklich sein glücklich wie ein kleiner könig ich selbst werde dir deine krawatte binden und dich mit der hortense bekannt machen und wenn wir mit dem gelde zu ende sind fährst du einfach wieder hierher und sprengst die bank zum zweiten male und der general warf ich dazwischen der general ei der wird uns schon nach paris nachkommen er wird einfach unser laufbursche werden oh wir werden ihn schon seinen talenten gemäß verwenden nein wie amüsant wird das sein haha ich musste unwillkürlich an mr erstley denken doch lächelte ich diesmal nicht über den sonderbaren rat den er mir vor einer stunde gegeben hatte ende von dreizehnter abschnitt